Ja, wie ihr beim letzten Mal gesehen habt, hat mein Mikro nicht funktioniert. Dies ist ein neuer Test. Und zum Testen brauchte ich natürlich ein bisschen ein paar Karten. Schönen Gruß an Mario. Der hat mir ein paar Karten abgekauft, hier in Berlin. Davon konnte ich mir die neue Box hier holen. Kacken wir mal weg. Haben wir schon 100 Mal gesehen, alles. Die hier auch. So, nein, nicht verrücken. Und dann haben wir hier unsere viermal glänzende Schicksal. Dreimal Reflex und einmal den dicken. Da wird wieder nichts drin sein, deswegen machen wir den zum Schluss. Ist halt. Ich sag, da ist nichts drin bei dem. Und wie immer lasse ich mich gerne eines besseren belehren. So. Dann schauen wir mal. Oh Mann, ich habe hier umgeräumt. Mein Mülleimer ist weg. Jetzt muss ich mir jetzt was Neues suchen. Gucken wir mal, was haben wir hier. Energie. Arena Trainer. Gym Stick. Tuch von Team Yell. Yammer. Klebtifox. Kamabs. Morbicomopeco. Evoli. Vulcanion. Und Tropius in Reverse. Sehr schön. Die brauchen wir auch immer. Ich glaube, die habe ich zwar schon, aber schon. Ich finde es sehr schön, dass ich meine doppelten Karten tauschen und tauschen und verkaufen kann, damit ich meine Sammlung vervollständigen kann. Energie. Urgel. Gym Stick. Trainer. Balduin. Smogon. Bommelin. Gnaglion. Balz. Klebtifox. Und ein Morbicomope. Sehr schön. Oh. Und ein Kameapps in Reverse. Habe ich gar nicht. Ja. Sehr schön. Noch ein Reverse. Ja, voll verrafft hier. Voll verpeilt. Nächster. Noch mal ein kleiner Spoiler. Ich habe im Januar bei MyToys Sachen bestellt. Dreimal die Box hier. Und einmal eine Kotomi Pin. Heute. Welchen haben wir heute? Ja. Ende Mai habe ich endlich die Bestätigung bekriegt, dass es verschickt wurde. Das heißt, bald kann ich hier noch eine Tin aufmachen. Urgel in Reverse und ein Vulkanior. Das möchte ich wieder nennen. Ja. Eine V-Karte besetzt und drei Reverse. Das Urgel, glaube ich, fehlt mir noch. Kameapps und Tropius habe ich, glaube ich, schon. Wenn wir dann sehen. Also, ich werde es gleich sehen. Gucke ich nachher alleine in Ruhe. Wir müssen nicht alle sehen. Oh. Energie. Rostiges Schwert. Borjelin. Rotom. Kleptivox. Bamelin. Morbicomorbeco. Bautz. Evoli. Ein Gallas Mokmok in Holo. Und ein Celebi in Reverse. Sehr schön. Ich freue mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Musik Sonne